Hallo zusammen, wir machen mal wieder einen Vlog auf Schweizerdeutsch. Wir sind hier im Mood Wars von der Schweiz. Heute sind hier Local Style Jessie Rinderknecht. Es sind hier. Ich habe nie gesessen und fährt jetzt wieder. Er probiert gerade so noch Downside Whip Tire Tap. Werden Sie? Lass Sie! Lass Sie! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Eine neue Mocken. Ganz neu, flüchtig im Wachhobrechst. Man fährt nicht ohne Helm. Man fährt nicht ohne Helm-Bermis. Man fährt allgemein nicht ohne Helm-Rad. Man fährt nicht ohne Helm. 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 Wow! Wow! Du hast auch nicht so viel erzählt. Ja, ich weiss. Ich erzähle euch nicht gerne auf Schweizerdeutsch. Weil alle meinen, ich muss jetzt Vlogs auf Schweizerdeutsch machen. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Der Jessie. Ganz ein crazy Typ. Das ist sein Bruder, aka der Racer. Was, Alter. Tausend Angles. Also ja, wir sind da gerade so am Clip. Was geht dafür für ein Edit? Mal schauen nach der OP dann. Machen wir es fertig. Nächstes Frühling wahrscheinlich gibt es ein Banger. Banger Edit. Das ist so ein Gestörter, Mann. Go, go, go. Ich bin auch kein Farb-Red. Ich bin auch kein Farb-Red. Geht auf mein Instagram at cornflakesfuture gehen, ob wir Vlogs in Schweizerdeutsch oder Englisch machen. Ja, ich habe gerade einen Triple Backflip probiert. Es ist nicht so gut gelaufen, aber we're still gonna send it. Pass rate is flat. Ich bin auch. Es ist gut. Einfach gleich das Handgelenk und den Fuss operieren. und den Fuss operieren. Ich bin auch so ein Schuss. Ich bin auch so ein Schuss. Es ist ein Schuss. Hier we go! Wie kommen wir weiter hindern? Das ist... Simma!? Ja, ich ruf! Na, genau hier, wir gehen nicht nach oben. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. ... ... ... ... Easy also, das war es in der Backpage, das war ein Finishing Video, oder? F***, vorher habe ich etwas voll Intelligenz gehabt, ich weiss es nicht. Ja, die Crack-Süchtigen waren heute auch hier. A.K.a. 24 Kettobananen. Peace out, dude. Ja, das ist jetzt gesehen von heute, meine paar Litty-Clips-Ketten. Wollen wir mal so um die Logo zu haben? Ja, easy, hey, peace out, dude.